Jo, Jakob, Lukas, ihr habt gedacht, ihr könnt mich dissen, aber da habt ihr falsch gedacht. Jetzt komm ich. Jo. 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 Euer letzter Stündlein hat geschlagen. Ihr habt einen kleinen Penis, ihr könnt nur Kommentare schreiben, aber disst mich doch mal in einem Web auf YouTube, Mann. Was sollt ihr denn, ihr dummen Lehrer Schleimer, ihr dummen Einzelschreiber, ihr dummen Streber Kinder. Ihr könnt nur Kommentare schreiben, aber mehr könnt ihr nicht, außer noch ein bisschen lernen. Aber ich bin auf dem Strich, das hätt ich nicht sagen sollen. Jetzt heult ihr, wir sind vier. Jo, 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 eins gegen drei. Hey, ich gewinne gegen den Hai. Ihr seid die drei, gegen euch gewinn ich auch so. Was wollt ihr, ihr Bastarde? Ich bin... geil. Jo. Mein Penis ist so groß, wie der Pariser Eiffelturm. Euer ist nur eine Stecknadel groß. Jo. Was wollt ihr jetzt noch? Habt ihr Schiss bekommen? Solltet ihr auch lieber. Jo, weiter geht's in meinem Diss gegen euch beide. Was wollt ihr schwulen Säcke? Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Buildings Place am Start. Ich bin Dart. Ja, im Dart bin ich gut. Ich trage einen gelben Hut. Gelbe Hüte sind modern. Hat Tobi erfunden, er setzt die Trends. Jo, ich hab ne riesen Fashion Show. Ist er der Beste mit gelben Hüten? Was wollt ihr jetzt? Ich bin der Beste. Was wollt ihr jetzt? Ich trage keine Weste. Was wollt ihr jetzt? Ich kann eure Haare abschneiden. Ha. Jo. Nervt euch eigentlich auch immer diese YouTube Werbung? Zum Kotzen ist sie, ne? Jo, weiter im Text. NC Billings Place, weiter im Content. Ja, ich produziere hochwertig. Jo. Oh, schon vorbei. Ja, cool, ne? Und ja, wenn ihr mir was zu sagen habt, ja? Dann bettelt mich weg, man. Was ihr sowieso nicht schafft, ihr Fatschen Figaroos. Bis dann.